Mit meiner Börso-Kollegin Frau Hofer, die heute das Team in der Economy Class leitet und der gesamten Besatzung, werden wir alles tun, um Ihren Flug so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir möchten Sie jetzt bitten, sich zu vergewissern, dass Ihr Handgepäck wirklich sicher verstaut ist und dann schneiden Sie sich auch bitte an und ziehen Sie Ihren Sicherheitsgurt fest. Da jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können, müssen wir darauf hinweisen, dass Sie dazu verpflichtet sind, Ihren Sicherheitsgurt geschlossen zu halten, wann immer Sie sich auf Ihren Sitz zu befinden. Dies gilt auch, wenn die Anstrahlzeichen während des Fluges nicht eingeschaltet sind. Außerdem möchten wir Sie jetzt bitten, alle elektronischen Geräte entweder aus oder in den Flugmodus zu stellen. Sollten Sie mehr Informationen über den Gebrauch der elektronischen Geräte benötigen, dann fragen Sie bitte jederzeit einen der Flugbegleiter. Die Flugzeit nach Seoul wird heute 9 Stunden und 35 Minuten betragen. Wir alle wünschen jetzt einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Meine Damen und Herren, ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Wolfgang Winkler. Ich bin der Person von Ihren Flughafen heute. Mit meiner meiner Freundin, Frau Hofer, die ist der Team in der Economy-Klasse heute und der gesamten Crew, wir werden alles tun, um Ihren Flughafen zu machen. Bitte, wenn Sie sich jetzt, dass Sie sehr sicherlich stehlen, über Ihren Flughafen zu machen, bitte fasten Ihren seatbelts und pull them tight. As Turbulen set können occur at any time, we have to point out that it's mandatory to keep Ihren seatbelts fastened. You have the entire flight, whenever you're seated. This also applies when the seatbelts signs have been switched off. Furthermore, we'd like to ask you now to switch off all your electronic equipment, or to put it in flight mode. If you need more information about the use of electronic equipment, please consult one of the flight attendants. And the flight time to Seoul will be 9 hours and 35 minutes. We only wish you a very pleasant stay on board. Meine Damen und Herren, Sie sind dazu verpflichtet, während Ihres gesamten Aufenthalts an Bord eine Mund-Nasen-Bedeckung, das heißt eine chirurgische oder eine FFP2-Maske zu tragen. Diese Maßnahme der Maskenpflicht dient uns allen als zusätzlichen Schutz zum Essen oder Trinken. Können Sie Ihre Maske für den jeweils kurzen Moment absetzen. Deswegen haben wir auch unseren Bordservice den Gegebenheiten angepasst und bitten Sie darauf zu achten, dass Sie Ihre Maske auch immer dann tragen, wenn Sie mit der Kabinenbesatzung sprechen oder in Kontakt treten. Im Falle des Herausfallens der Sauerstoffmasken muss die Maske abgenommen werden. Ladies and Gentlemen, you are obliged to wear a surgical or FFP2-standard-Facemask that covers your mouth and nose at all times during your stay on board. This measure provides additional protection for all of us on board. You may take it off for a brief time while eating or drinking. With this in mind, we have amended our in-flight service to reflect the current situation and ask you to make sure that you always wear your face mask when you speak or have contact with the cabin crew. In the event that our mastermasks struck from the panel above you, you will have to remove your face mask. Thank you very much for your help. Thank you very much. 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 I'm so excited. I'm so excited. I'm so excited. Bis zum nächsten Mal.